Hallo, Leute. Ja, Freunde, der Mann, der auf dem Delfin reitet, ist der City Hunter, Jackie Chan. Rufen kann jeder. Nichts, wir weg hier. Verkommt! Nun geht mal nicht so an, du. Jackie Chan hat immer einen munteren Sprung drauf und manchmal kriegt er richtig Dresche. Dann gibt's blaue Flecken von der Größe eines Zeppelins. Jetzt bin ich wieder dran. So, Freundchen, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Und schüss und weg. Das sehe ich anders. Ja! 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 Lauter gefallene Mädchen sorgen für eine Bombenstunde. Ich habe hier im Kino. Jackie! Da staunst du, hä? Jetzt gibt's Schastik. Wenn alles in die Luft fliegt, fühlt einer sich richtig wohl. Jackie Chan. Denn schließlich ist er der City Hunter. Bis bald, Leute! Bis bald, Leute!